Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Duos. In letzter Zeit kommen viele neue Leute dazu. Schaffen wir bald 1500 Abos? Was denkt ihr? Wenn euch das Video gefällt, denkt bitte an eine Bewertung und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Ich bin am Vorproduzieren. Und ich hoffe, wir haben wieder so ein gutes Game wie in der letzten Runde. Aber wahrscheinlich sehr schwierig wird. Oh, da hat er einen schlechten Fifty. Jaja, aber mein Mate hat unter Kontrolle. Ist da keine Kontrolle mehr. Nein, ich habe keinen Boost mehr, Digga. Das war so schön. Ich hätte nur ein bisschen mehr Boost gebraucht. Für diese ganze Nummer. Mate? Ah, schade. Ich dachte, der wäre vielleicht noch da. Hey, ich bin falsch herum abgesprungen. Sorry. Oh, mein Bad. Ja, das tut mir leid. Ach, Digga. Das war richtig kacke. Ich wollte ihn nach links hauen. Na ja, das war ein Ultrascheiße. Mir sehr leid. Bin mir den Ball falsch getoucht. Ach, das habe ich schlecht... Schlecht gemacht, dass ich da vor ihm lang gefahren bin. Ah, Digga. Richtig dosiert, aber er hatte trotzdem einen guten Fifty. Da mag ich nicht drauf. Ähm. Geil, noch gefiftigt, aber nicht gut, ne? Ah, schade. Wusste es jetzt nicht. Wusste es jetzt nicht, wo er ist. Oh, wichtige Demo. Sorry. Die spielen noch nicht allzu gut zusammen gerade. Hat der schön gemacht. Meine Versuche sind besser als seine. Fühlt sich ein bisschen so an, aber ich kriege es halt nicht gefinished. Und er weiß nicht... Also er spielt, glaube ich, schon richtig, weil ich viel mehr auf Solo-Play gespielt habe. Hätte ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht da mit dem Pass gesehen, den er da gesetzt hat. Weil das ist ein bisschen unlucky. Was ich jetzt gerade nicht gecheased habe. Ach Gott, ich bin so ein Opfer. Also wenn ich jetzt noch einmal was verkacke, da. Okay. Gott sei Dank hat der Maid reinverkackt. Ich wollte ihn eigentlich annehmen mit dem Flip. Ich habe ein bisschen zu spät geflippt. Mann, was sind denn das für Kickoffs von mir? Die sind gar nicht gut. Mein Maid muss sich so tierisch auf mich abfacken, ne? Hm, schade. Schade. Schön gemacht. Schön gedacht auch. Oh, das ist gefährlich. Gehe ich mal ganz zurück. Okay, das ist wichtig, dass ich die Demo noch bekommen habe. Und wenn bin ich im 2v1? Mindest, keine Ahnung. Je nachdem, was da passiert. Ähm. Ja, nehmt durch den Boost. Oh. Oh, ich dachte, er hätte vielleicht einen Schuss. Einen Powershot. Ich wollte es jetzt nicht riskieren. Na ja, gut. Ich muss ja auch nicht riskieren. Wir sind ja noch vorne. Ah, ich stehe hier gerade kacke. Nice. Wird ich da jetzt drauf gehen sollen? Geschwindigkeitstechnisch wahrscheinlich ja, ne? Ach, Digga. Ob er da den Touch noch hatte. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Generell keine Ahnung, was da passiert ist. Hm, es war die richtige Entscheidung, drauf zu gehen. Ich hätte nur einen besseren Touch haben müssen. Der eine hat mich echt greedy dann gefahren. Ach, kann ich nicht gut annehmen, leider. Ach, Junge. Er weiß immer, dass ich unten lang will. Vielleicht hätte ich es mir doch eher als Double setzen sollen. Hey, da war ich Gott sei Dank noch dran. Mein Mate, kleines Problem. Wir hatten aber gut gefiftied. Okay. Sollte machbar sein. Lucky. Ich würde jetzt gerne mal den Boost hier nehmen. Da kommt er schneller dran. Ah. Oh Gott. Ja, gut. Ich hab's versucht, drauf zu gehen. Den Backflip. Hätte man jetzt vielleicht lassen können. Aber vielleicht war es auch mein Fail. Okay. Ach, aber wir haben es ja gleich wieder rausgeholt. Komisch, dass sich beide haben davon verarschen lassen. Ei, scheiße. Ich wollte extra ein bisschen langsamer gehen. Oh Gott. Meine Kickoffs, die verkacken sonst noch. Äh, aber mein Mate-Characters-Game, bin ich ehrlich. Mann, der hat das so gut und clean manchmal durchgehalten. Da vom Kopf her. Schade. Ja. Schade. Yo, insaneer Runde. Insaner Mate, wie immer. Also nicht wie immer, aber in letzter Zeit echt gute Mates. So, da sind wir auch wieder, hoffentlich in Game 2. Vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen mehr auf Mechanik gehen. Ganz komischer Kickoff. Ganz komisch gelandet. Ich nehme den mal. Ich glaube, ich habe ihn cleaner als er. Schade. Hat er ihn? Oh, das ist das. Das ist ganz katastrophal. Aber ich bin, glaube ich, noch da. Okay, richtig. Oh, junge Fenix sind so fett, ne? Insaner Save von ihm. Muss man ihm lassen. Ich habe ihn jetzt leider nicht ganz so schnell gehauen, wie ich es vielleicht wollte. Sorry. Ich spiele gerade auch ein bisschen auf Solo. Wusste nur nicht, ob er ihn halt hat. Ah, schade. Ich habe versucht, ihn da wegzurammen. Ah. Bisschen früh geflippt. Ah. Mate. Es tut mir leid. Ich wollte den Gegner noch ausspielen. Mann, es war ja auch ein Pass für ihn. Aber der andere kam ja an. Naja, es tut mir leid. Wir haben keine gute Absprache, aber an sich war es das Richtige, draufzugehen. Ich hätte ihn ja jetzt open gehabt. Huch. Ah, schade. Immer noch zu schnell gewesen am First Touch. Okay, muss er machen. Nice. Sehr schön. Oh, gut, dass ein Booster genau gereicht hat. Nicht so ein guter Kick-Off. Aber wir sind ja da. Also, dass ich den mit dem Flip so noch reinkriege, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So weit, so gut, 3-0. Aber es sind natürlich noch 3 Minuten, ne? Oh, die haben gefakt. Wird er nicht haben, oder? Oh mein Gott, was ein Save, Bruder. Ach, die Annahme, Hilfe. Ich dreh so viel. Ich weiß nicht, warum. Ich bin schon wieder süchtig nachher rollen. Ach, Digga, das war knapp. Ich bin ein bisschen greedy gegangen, gebe ich zu. Ah, da können wir nichts machen. Wie, der Typ ist ja eine Maschine im Tor. Und ich bin ein Hurensohn. Was war das denn von mir? Naja, tut mir leid. Ich habe 0 damit gerechnet, dass der den noch rauskriegt. Naja, die sind ja noch vorne. Schade. Ich habe versucht zu blocken. Oh Gott. Ey, der war doch noch gar nicht in der Kante. Ich habe ein bisschen Zeit rausgeholt. Und sehen, was da kommt. Nichts super gefährliches. Ach, Digga, das war scheiße. Maybe. Toll. Was war das denn für ein 50, Bro? Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Guter Mate. Jo, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020